Hallo, David Mann ist hier und normalerweise präsentiere ich keine Gitarre. Ihr müsst immer lieber spielen und vielleicht wenig sprechen, aber diese Gitarre sollten wir präsentieren, weil es eine ganz eigene und wunderschöne Gitarre ist. Gebaut von Jakob Bergmann, ein Gitarrenbauer aus Tirol und der Jakob hat mir ihn gerufen und ich habe gesagt, David, ich habe eine Gitarre gebaut, ich finde ganz originell anders als die Standard-Gitarre. Ich möchte gerne, dass du die probierst. Ich sagte, Jakob gerne, wenn du willst, können wir das machen. Und vor zwei, drei Tagen Jakob ist bei mir zu Hause gekommen und hat die Gitarre gebracht und mir gebeten, vielleicht ein Video oder etwas zu tun. Und ich habe die Gitarre probiert. Die ist laut. Das erste Wort, das ich sagen kann, ist laut. Erstaunlich laut. Also die lauteste Gitarre, das ist schon mal lebiger, das ist sicher. Alles mit heimischen Holz. Gebaut. Fichte, für die Decke. Palissander, Fretboard. Wunderschöne Kombination mit Nuss. Nuss, hier. H-Horn. H-Horn. Wunderschöne Bände, ganz originell. A Trio von Nuss und H-Horn. H-Horn. Und Sattel, 48 mit Null Fret. Bisschen breit von mich, aber die Gitarre passt gut. Sie ist eine 12-Fret-Gitarre, richtig groß ist. Zwischen eine Jets-Gitarre und eine Western-Gitarre, eine Drain-Art-Gitarre. So in die Richtung, könnte ich sagen. Tonalkammer. Die Tonalkammer sind auftreten. Das ist ein ganz originell Projekt, das ich weiß hier auch, ob sie gedacht hat. Und den Bracing sogar auch, ganz originell. Aber den Sound. ganz, ganz schön mit Bessen. schon präsent, nicht dummig, knackig. So wie die Höhe sind. schon drunter. So, ich würde sagen, lass mal platzen die Musik. Und Jakob, nochmals das ist danke. Und ich hoffe, haben wir Spaß zusammen mit dieser Bergmann Gitarre. Danke. Und Arrivederci. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020